Nancy, das Make-up gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das wird an dem Tag richtig, richtig schön aussehen. Das ist genau das, was ich haben wollte. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Sollen wir das Make-up denn abschminken oder möchtest du es drauflassen? Weil die meisten machen das ab, damit der Partner das nicht sieht. Nee, ich wollte das eigentlich nicht abschminken, weil mein Freund soll das eigentlich sehen, weil er mag eigentlich kein Make-up und ich habe ihm gesagt, dass du das halt voll gut kannst und dass er sich keine Sorgen machen muss, wie man sieht. Und deshalb, er soll mal drüber schauen. Ja klar, ist gar kein Problem. Ja, hallo? Also, hi Nancy, ich war letztens bei dem Probetermin bei dir. Das Make-up ist auch an sich sehr schön, aber mein Freund mag einfach keine Foundation. Er will nicht, dass ich die an dem Tag trage. Deshalb müssen wir das weglassen. Ja, wie du magst. Aber ich habe halt total viele Pickel und die müssen wir irgendwie abdecken. Aber nur mit Concealer mag ich das nicht, das sieht immer so doof aus. Vielleicht gibt es eine Creme oder so, die Pickel abdeckt. Lass dir was einfallen. Mama!